Herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal. Wir fahren heute das Szenario neu in der Gegend mit der Baureihe 112 auf der Hauptstrecke Hamburg-Lübeck. Ich wünsche euch viel Spaß. Willkommen im Hamburger Hauptbahnhof. Bitte warten Sie auf die Einfahrt Ihres Zuges. Zuerst mal müssen wir hinten den Schluss mit Rot kennzeichnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann schalte ich noch die PCP und sieverein. Türen zu. Lichter an. Und Bremsschlüssel einschalten und los geht es nach Lübeck Hauptbahnhof. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann schalte ich noch die nächste Reihe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020